Während des Zweiten Weltkriegs erreichte die Entwicklung von Militärflugzeugen ein beispielloses Niveau und führte zu einer Vielzahl innovativer Designs sowie einigen wirklich beeindruckenden Kreationen. Der unerbittliche Wettbewerb zwischen den Nationen um die Oberhand über ihre Gegner löste einen hektischen Wettlauf um die Entwicklung neuer Vorteile aus. Bei diesen Streben gewährten die Nationen ihren führenden Köpfen in der Luftfahrt ein beunruhigendes Maß an Freiheit, was zu einer Vielzahl von Entwürfen und Prototypen führte, von denen einige sogar in die Serienproduktion übergingen. Zu den eigenartigen und faszinierenden Kreationen dieser Ära gehörte die BV 141 von Blomfoss. Ursprünglich als taktisches Aufklärungsflugzeug konzipiert, zeichnete sich die BV 141 durch ihre Exzentrizität aus. Im Jahr 1937 gab das Bundesluftfahrtministerium eine Spezifikation für ein einsitziges Aufklärungsflugzeug mit außergewöhnlichen optischen Eigenschaften heraus. Dies war eine entscheidende Voraussetzung für Deutschland, das eine rasche Expansion in verschiedene europäische Gebiete plante. Die vorhandene Flotte von Aufklärungs- und Aufklärungsflugzeugen reichte zwar für den Moment aus, verfügte jedoch nicht über die erforderliche Geschwindigkeit und Reichweite, um die ausgedehnten europäischen Landschaften, die die deutsche Armee erobern wollte, effektiv abzudecken. Während verschiedene Auftragnehmer um die begehrte Chance wetteiferten, fiel die bevorzugte Wahl zunächst auf den Arado A 198. Dieser Prototyp blieb jedoch aufgrund seiner Trägheit und Instabilität bei niedrigen Geschwindigkeiten in allen Achsen hinter den Erwartungen zurück. Letztendlich ging die Focke-Wulf FW 189, eine Doppelauslegerkonstruktion mit nur zwei kleinen Triebwerken, als Sieger hervor und widersetzte sich den ursprünglichen Spezifikationen des deutschen Luftfahrtministeriums. In der Zwischenzeit startete Blom Voss, dessen Flugzeugdesign Sparte ursprünglich vom Wettbewerb ausgeschlossen war, ein unabhängiges Unterfangen, um etwas radikal anderes zu schaffen. Ihre Bemühungen führten zur Entwicklung der BV 141, einem optisch auffälligen Flugzeug mit asymmetrischen Strukturdesign. Obwohl dieser Entwurf auf den ersten Blick unkonventionell erschien, war Symmetrie tatsächlich ein zentrales Prinzip, das seine Entwicklung leitete. Herkömmliche Flugzeugkonstruktionen litten häufig unter Nachteilen im Zusammenhang mit der Platzierung der Triebwerke, eingeschränkter Sicht des Piloten und aerodynamischen Ungleichgewichten. Start, Landung und Flug waren aufgrund der ungleichen Kräfteverteilung mit Herausforderungen verbunden. Blom und Voss wollten diese Probleme durch ein asymmetrisches Design angehen, das paradoxerweise zu symmetrischer Leistung und Handhabung führte. Durch die strategische Platzierung des Cockpits auf einer Seite und die Versetzung des Motors erreichten sie eine harmonische Balance, die dem Anschein von Asymmetrie trotzte. Der Vorschlag für die BV 141 stieß beim Bundesluftfahrtministerium zunächst auf Skepsis, da bereits in andere Projekte investiert wurde. Doch mit der Ermutigung von Ernst Udet, dem neu ernannten Leiter der Entwicklungsabteilung, hielt Blom Voss durch. Ihr Fleiß trug Früchte, als der erste BV 141 Prototyp mit der Bezeichnung H-1410 am 25. Februar 1938 in die Lüfte stieg. Im großen Geflecht der Kriegsluftfahrt steht die BV 141 von Blom Voss als Beweis für den menschlichen Einfallsreichtum und das unermüdliche Streben nach Innovation. Sein exzentrisches und scheinbar unorthodoxes Design stellt unsere Vorstellungen von Symmetrie in Frage und zeigt die mutigen und oft kühnen Schritte, die in einer turbulenten Zeit der Geschichte auf der Suche nach militärischen Vorteilen unternommen wurden. Das unorthodoxe Flugzeug BV 141 erwies sich als bemerkenswert störungsfrei und zeichnete sich durch einfache Handhabungseigenschaften aus, abgesehen von einer geringfügigen Überempfindlichkeit der Steuerflächen und geringfügigen Fahrwerksschwingungen. Ernst Udet, der Visionär hinter dieser exzentrischen Kreation, führte persönlich Flugtests mit dem Prototyp durch. Diese erfolgreichen Tests führten dazu, dass ein offizieller Auftrag für die Produktion von drei weiteren BV 141 vergeben wurde. Interessanterweise war der ursprüngliche Prototyp zunächst nicht Teil des offiziellen Vertrags, wurde aber nach Beratungen zwischen Blom Voss und dem Bundesluftfahrtministerium schließlich als eines der vertraglich vereinbarten Flugzeuge aufgenommen. Der BV 141 war für die Aufnahme von zwei fest nach vorne gerichteten 7,9 mm Maschinengewehren und zwei handgeführten Heckgeschützen ähnlichen Kalibers konzipiert. Die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs wurde durch die Hinzufügung von Gestellen unter den Flügeln, die 4 110 Pfund Bomben tragen konnten, weiter verbessert, wodurch es leichte Bombenangriffe durchführen konnte. Die Besatzung der BV 141 bestand aus drei Personen, einem Piloten, einem Beobachter und einem Heckschützen. Alle drei befanden sich in der markanten, gekrönten Plexiglasgondel, die oben auf dem Flügel montiert war. Der zweite Prototyp, bekannt als BV 141 V1, wog leer 6.812 Pfund und beladen 8.441 Pfund. Die Flugversuche für diese Variante begannen im September 1938. Im Verlauf der Flugtests traten Probleme auf, insbesondere im Zusammenhang mit den Hydrauliksystemen. Diese Herausforderungen gipfelten in einem unglücklichen Vorfall im Oktober 1938, als der Prototyp BV 141 aufgrund halb ausgefahrener Fahrwerksbeine auf einem Bauernfeldnot landen musste. Bei der anschließenden Landung kam es zu erheblichen Schäden am Steuerbordflügel. Trotz dieser Rückschläge wurde der BV 141 V3 Prototyp in das Testprogramm aufgenommen und zeichnete sich durch Stabilitätsverbesserungen durch einen verlängerten Rumpf und eine größere Flügelspannweite aus. Die Radspur wurde verbreitert, was die Bodenstabilität weiter verbesserte. An der Besatzungsanordnung wurden Anpassungen vorgenommen, wobei der Beobachtersitz so gestaltet wurde, dass er die Bedienung sowohl des vorderen Bombenvisiers als auch der hinteren Funkausrüstung erleichtert. Der Beobachter steuerte auch eine Aufklärungskamera und bediente bei Bedarf ein oben-nach-hinten feuerndes Maschinengewehr. Mit einem Mannschaftsraum von nur 3 Fuß 11 Zoll Breite und 4 Fuß 11 Zoll Höhe bot der BV 141 V3 begrenzten Platz, aber eine einzigartige Sicht. Allerdings konnten diese Innovationen die Herausforderungen, die das exponierte und unkonventionelle Design des Flugzeugs mit sich brachte, nicht vollständig abmildern. Das zunächst skeptische Bundesluftfahrtministerium erkannte schließlich die günstigen Flugeigenschaften und die Einhaltung der Vertragsspezifikationen der BV 141 an. Eine Vorserie von fünf Flugzeugen wurde bestellt, aber anhaltende Probleme mit dem Hydrauliksystem und Unfälle während der Tests verzögerten das offizielle Evaluierungsprogramm. Trotz vielversprechender Ergebnisse, einschließlich erfolgreicher Bombenversuche in geringer Höhe, stand die BV 141 vor einem harten Kampf um die Akzeptanz. Letztendlich war die Reise des BV 141 von seinem eigenwilligen und dennoch funktionalen Design geprägt. Obwohl es die Designerwartungen übertraf und Potenzial zeigte, gelang es ihm nicht, eine breite Produktion sicherzustellen. Insgesamt wurden nur 20 BV 141 Flugzeuge gebaut, wobei das deutsche Luftfahrtministerium seine Ressourcen für andere Flugzeugprojekte umleitete, insbesondere für die Focke-Wulff-FW 190. Blom Voss, einst an der Spitze der Innovation, stellte fest, dass seine Fabriken aufgrund von Kriegsbeschränkungen umfunktioniert wurden, was die Komplexität der Flugzeugentwicklung und Produktion in einer turbulenten Zeit symbolisiert. Vielen Dank!